Mein Name ist Sascha Rabe und ich werde immer gefragt, was ist denn jetzt in dieser Phase erlaubt als Berater? Und da ist es wichtig, wir arbeiten emotional und professionell und nicht gleichgültig und nicht panisch. Natürlich ist es so, dass wir Menschen Sicherheit geben wollen und das heißt, wir sprechen das Thema Versicherung an. Krankenversicherung, Rechtsschutzversicherung im Arbeitsbereich. Natürlich sind das Themen, die die Menschen interessieren, auch das Thema Arbeitskraftabsicherung oder ein Polster auf dem Konto. Das sind alles wichtige Themen, aber alles mit Augenmaß und nicht ausnutzen, die Panik ausnutzen oder Panik schaffen. Und wenn du auch so arbeiten möchtest, dann ruf mich an, dann schreib mich an.